Läuft? Ich bin zutiefst gekränkt, beleidigt und ein wenig traurig. Theaterwissenschaft Leipzig bleibt. Muss bleiben. Wir stehen hinter euch. Wir hier von der Volksbühne wissen, wie wichtig das ist, dass ihr mitdenkt und dass ihr darüber nachdenkt, was die Gesellschaft braucht. Und deswegen müsst ihr weiter da sein und uns inspirieren und uns zusammenhalten, weil wir Schauspieler manchmal Leute brauchen, die wissen, worum es geht und was erzählt werden muss. Also Theaterwissenschaft Leipzig bleibt. Da besteht kein Zweifel. Blinde in der Sonne. Das ist ja. Ich kann klatschen. Ich kann klatschen, habe ich gelernt auf der Schauspielschule. Die Schauspielschule ist zum Glück noch kein Luxus, der abgeschafft werden soll. Das finde ich sehr, sehr generös und ich danke dafür auch allen Beteiligten, dass sie so weit noch nicht gegangen sind. Frau Sch und Frau Sch. Kultur ist kein Luxus. Bildung ist Bürgerrecht. Kultur ist das Allerwichtigste. Bildung ist Teilhabe. Bildung ist Zukunft. Bildung ist Macht. Kultur ist Liebe. Und Liebe darf man nicht amputieren. Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern. Bildung ist das Entzünden einer Flamme. Nämlich unsere große, große Kultur. Wofür alle uns lieben in ganz Europa. Ein Gut, das man niemals kürzen darf. Seid ihr komplett von der Muffe gepufft? Ich verstehe es überhaupt nicht. Wie kann man nur? Wenn man einmal irgendwo anfängt, kann man eigentlich alles über Bord schmeißen. Und wenn man alles über Bord schmeißt, was Studium anbelangt oder Kultur, was generell Geisteswissenschaften anbelangt, dann werden wir sehr, sehr arm darstellen im Ende. Frau Sch und Frau Sch. Wie kann man sowas verantworten? Ernsthaft, das geht gar nicht. Also ich sage nur eins. Die Arterwissenschaft bleibt sich weit. Riot! Musik Oh, mir liegt da ein Pups quer Oh, ein Glück gibt's Mediziner noch Die dürfen noch studieren Vielleicht können die mir helfen